ja einen schönen guten tag herzlich willkommen zu diesem zweiten video zu identifikation statt proctoring in meinem ersten video hatte ich eine variante vorgestellt wo man mittel als eines qr codes eine private seite hinterlegt die nicht zugänglich ist und durch passwort abgeschlossen oder möglicherweise nur durch einen bestimmten teil der mitarbeiterinnen einer universität heute möchte ich noch eine zweite möglichkeit vorstellen die mir ehrlich zu sein fast besser gefällt nämlich die idee davon dass man einfach einen virtuellen raum nachbildet in dem alle identifikationsmöglichkeiten die bisher möglich waren einfach nachstellen kann und das klitzekleine problem an dieser lösung ist dass das tool das ich einsetze durch die datenschutz empfehlungen nicht gedeckt ist das ist in dem fall aber unproblematisch da man über das tool ja nicht die prüfung durchführt und insofern ist das ganze vielleicht praktikabler als man denkt der ein oder andere wird wissen welches tool ich dafür einsetzen werde und zwar ist das wonder alias your tribe denn in diesem haben wir die möglichkeit virtuelle räume nachzubilden für einige große zahl an studierenden und eine dieser varianten zeige ich ihnen jetzt gleich die ist auch verlinkt im beschreibungsbereich unter diesem video also testen sie das gerne aus und ich bin überzeugt davon dass man so große digitale prüfungen mit identifikationsmöglichkeiten wird realisieren können bitte erschrecken sie nicht das was sie jetzt sehen ist genau ein solcher raum der skaliert bis 1500 teilnehmerin das wird in diesem fall nichts nützen denn ich habe hier zwei circle integriert in denen sie einzelne arbeitsplätze sehen und zwar insgesamt 184 stück jeder studierende der hier eine prüfung abnimmt kann sich in diesem zirkel frei bewegen und insofern auch sie und sie können zu diesen arbeitsplätzen springen und die mehr studierende in diesen raum hinein kommen umso größer skaliert das das ganze hat eine auflösung von 2600 mal 1440 glauben sie mir da bekommen sie gut 184 studierende unter ohne dass sie miteinander sprechen der weitere vorteil ist dass sie dann unabhängig davon wo sie stehen zu dem jeweiligen platz gehen können und mit dem studierenden eine gemeinsame videokonferenz etablieren und in dieser die kein anderer sieht außer sie können sie lichtbild kontrollen durchführen zum beispiel auch mit studierenden ausweis und dann gehen sie wieder weg und lassen die studierenden arbeiten an der klausur die sind natürlich auch jederzeit erreichbar für direkte fragen entweder im chat oder die studierenden kommen direkt zu ihnen und fragen sie wenn sie eine frage haben und daneben bietet wonder natürlich auch die möglichkeit des broadcastings das heißt darüber können sie alle studierenden in diesem raum adressieren wie gesagt probieren sie es gern aus damit hätten wir einen virtuellen prüfungsraum nachgebaut und dieser virtuelle prüfungsraum den man hier sieht bietet platz für insgesamt 184 studierende testen sie es probieren sie es ich bin gespannt auf ihre rückmeldung ihre kommentare es würde mich freuen wenn auch andere ihre erfahrungen teilen oder ihre ideen teilen mit denen man eine identifikation ermöglichen kann ohne das verfahren des proctorings und in diesem sinne bin ich ganz herzlich ihr alexander lasch und wir sehen und hören uns dann beim nächsten mal also vielen dank und auf bald ciao abonniere abonniere abonniere